Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Stormson. Und ich bin einfach nicht drauf gekommen, wo dieser Typ sein soll. Steht er denn hier so einsam rum? Hm. Auf jeden Fall, ähm, ich bin die ganze Zeit nicht drauf gekommen, wo er sein soll, weil ich habe überall rum gefragt. Ich habe ihn einfach nicht entdeckt. Dann habe ich im Internet nachgeguckt. Ja, ich habe mich gespoilert. Ich muss es zugeben, ich bin schuldig. Äh, wo er denn überhaupt ist. Und ich habe ihn gefunden und er befindet sich in der Mine. Ich hoffe, dass er jetzt hier auch ist. Da ist er. Tatsache. Wir sprechen ihn erst an, bevor wir ihn töten. Hier hast du dich also versteckt. Sag jetzt nicht, dass du einer von Angrims Handlangern bist. Ich habe genug von ihm und diesem verfluchten Gesetz. Wie konntest du fliehen? Ich hatte Hilfe. Eine Truppe Kleriker hat unseren Weg gekreuzt. Angrims Männer ertrugen ihren Anblick nicht. Aber ihre Äxte haben den Kürzeren gezogen. Mich haben sie dann mitgenommen. Immerhin habe ich mich während des Kampfes auf ihre Seite geschlagen. Aber was machst du jetzt hier? Was hast du vor? Äh, nichts, ich lasse dich am Leben. Ich bringe es zu Ende. Taaah. Komm, wir bringen es zu Ende. Ich habe die Schnauze voll. Ich bringe es zu Ende. Du bist wirklich erbärmlich. Einen Mann um seine Freiheit bringen. Hör auf zu jammern und zieh deine Waffe. Hast du es so eilig zu sterben? Dann sprich dein letztes Gebet. Du wirst mich noch kennenlernen. Du wolltest es doch so. Du bist selbst schuld. Selbst schuld. Ich habe überhaupt kein Mitleid. Was haben wir denn noch jetzt? Genau, für den Big Bang. Maschinenbauteil der alten Welt. Ist da. Ja. Da ist auch diese Höhle mit diesen Outlaws. Ich versuche dort hinein zu kommen. Rein. Das Teil schnappen. Und wieder raus. Weil ich denke, es waren... Ich glaube, es waren sehr, sehr viele da. Bin mir jetzt allerdings nicht so sicher. Und hier ist überall... Ja, da oben steht sogar noch der eine. Ich weiß ja, wer es jetzt ist. Gönnen wir mal ein Schlückchen. Dann rennen wir da mal runter. Ach, im Internet gab es auch so viele Tricks, ne? Wie man, äh, zum Beispiel... Äh, an viel Geld kommen kann. Und so weiter und so fort. War recht interessant. Eines hatten sie erst entdeckt. Einen Trick, ähm... Der war ziemlich schnell. Und war auch ziemlich effektiv. Und gut. Nur das haben sie dann irgendwie mit einem Patch gefixt. Und, ja. Damit hatte sich das halt erledigt. Aber mit den... Ja. Ich weiß nicht, wie nah man hier dran vorbeigehen kann. Oh, da steht was. Wenn ich jetzt Glück habe... Ja, läuft ja genau da rein. Ich weiß nicht, wie nah man hier dran vorbeigehen kann. So. Ich bin ein bisschen mutiger geworden. Wann haben wir denn hier? Einen Fledderer. Der ist schon tot. So. Passen wir den ganzen Minen. Ah ja. Eier, 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 Eier. Wuchala! Die hatte ich jetzt aber nicht gesehen. Die Spinnen sind ziemlich im Weg. Äh, ich speichere das mal eben ab. Ach, ich war gerade kurz weg. Ich musste gerade meinen Hund einmal befehligen. Ja, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da durch? Am besten wieder so wie vorher... Wie ich das das eine mal gemacht habe eigentlich. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Nee, es ist da hinten. Da hinten ist es. Ach, ich könnte da durchkommen. Das ist gar nicht in dieser Höhle. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Das ist da irgendwo. Da wo die Spinne ist. Genau da wo die Spinne sitzt. Da soll das sein. Ach, ich habe jetzt keine Dingens mehr. Ach. Was war ich denn jetzt? Reaper. Reaper. Oh. Oh, die können spritzen. Aha. Ach so, ähm. Was denn? Was denn? Ach so, das Vieh ist doch nur da unten. Also sie hat schon wieder hier voll die Hänger. Äh. Wo? Sind beide jetzt hier? Oh. Ja, die kriege ich so nicht tot. Die Frage ist jetzt. Hm. Bin ich schnell genug? Okay. Hier. Oh. Okay. Oh. 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 Irgendwo oben. Hier oben drin soll es sein. Ich warte gerade erstmal ab, ob eines der Viecher hier hochkommt. Guck mal, da sind diese Outlaws. So, hier soll es sein. Hu, holla! Ai, ai, ai. Die wartet da unten, die Sau. Wow, da sind aber ganz schön viele. Da ist auch noch eine. Ach, wie soll... Ich kriege die nicht tot, das ist das Problem. Hier soll es sein. Genau hier. Oh, holla, schnell hier rein. Ah, fuck. Ah, feiße. Huchala. Oh, hohoho. Oh mein Gott. Das war sehr gut. Das war scheiße sehr gut, ey. Das war scheiße sehr gut, ey. Das war scheiße. Oh mein Gott. Irgendwas ist da gerade los. Egal. Wir nutzen das. Schlechter Zeitpunkt. Wo ist denn Kaya? Ach da unten. Ich muss ja sagen, ich bin echt stolz auf sie. Sie gibt wirklich alles. Schlechter Zeitpunkt. Ah, okay. Okay. Und jetzt rennen. Oh. Oh. Wieso sind jetzt auf einmal drei Spinnen da? Waren da nicht vorher nur zwei? Guck mal die dritte her. Egal. Und wir haben da unten noch was? Gerade gucken, wo ich rauskomme. Hier muss ich raus und dann... Ah, ja. Oh. Ohoho, oh ja. Aha. Okay. Versuchen wir's. Ich nehme wieder den unbequemen Weg. Lalalalalalalala. Uhu. Lala. Ist das ein Stein? Ich dachte gerade schon, was ist das denn? Uhala. Und schnell rennen. Viele Gegner. Da unten zum Beispiel ist wieder so ein... Troll? Ich sag jetzt mal Troll, ne? Für mich sieht's aus wie ein Troll. Ach, Kaya. Mein Gott. Schaffen wir das? Ich seh da sehr, sehr viele Gegner. Eigentlich schon zu viele. Ah, das hat nicht gereicht. Wir kommen jetzt hier hoch. Jo. Direkt. Bei nem Feind. Kommen wir direkt bei nem Feind raus. Am besten wär's da unten lang. So, zack, zack. Da so hoch. Man könnte auch versuchen, so wie jetzt. Äh. Laufen. Hier oben? Okay. Haben wir gut gemacht. Speichern. Das ist mir viel sicherer, wenn ich andauernd speichere. Oder das ist... Hm. Okay. Aber hier ist auf jeden Fall jemand. Hier soll noch höher. Noch höher. So, ich bin hier. Aber ich höre schon Surren. Das heißt, hier sind die Strahlungen wieder sehr hoch. Ich werde hier auf dich warten. Habe ich nicht diese Maske noch? Wäre doch so eine Resistenz-Gef-Resistenz-Strahlung plus so... Vielleicht hilft's ja ein bisschen. Ich werde hier auf dich warten. Oh, oh, oh. Okay, ich hab's nicht gesehen. Nochmal. Ich werde hier auf dich warten. Wow. Also... Entweder ist die Strahlung dort sehr, sehr stark... Oder... Ich weiß nicht. So, jetzt haben wir nur noch das eine Teil bei diesen ganz großen Spinnen. Und das wird... Das wird... Das wird eine Nummer werden. Ob ich das hinkriege? Also, ich weiß nicht. Ich versuche es. Ich speichere jetzt hier. Eigentlich wären ein paar Bomben gar nicht mal schlecht, ne? Ich glaube, ich kaufe erst mal ein paar Bomben ein. Das ist mir ein bisschen sicherer. Geben wir mal ein paar Bomben. Also Handgranaten, genau. So. Genau. Gib mir noch ein paar. So. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ich muss da unten in dieser Kuppel. Kuppel. Da sind ganz viele Spinnen. Hab ich gesehen. Auch alles so voller Spinnennetze und so. Also ich sag's dazu. Spinnen sind keine Spinnen, aber ne? Und genau dort liegt auch dieses Teil, was wir brauchen. Das ist unsere Chance, oder? Das ist doch hier, ne? Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Weil wenn jetzt die Spinnen angreifen, haben wir noch drei Leute da, die mithelfen. Wuselig. Wir laufen jetzt mit denen mit. Hi. Schönen guten Tag. Wuh! Renn! Renn weg einfach, Kaya! Renn einfach weg! Irgendwas sagt mir, dass ich das Teil nicht habe. Irgendwas sagt mir, dass ich das Teil nicht habe. Oh. Oh, 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 oh. Hä? Wo ist das Teil? Wo soll denn das Teil sein? Oh Gott. Hä? Wo ist das Teil? Wo ist dieses Ding, was ich haben soll? Ich dachte, das wäre diese komisch blaue Kugel. War die das denn nicht? So. Ich mache die jetzt alle platt, damit ich mir... Wo sind denn die anderen Wachen? So, ich habe noch eine tot. Noch eine tot. So, hier liegt jetzt nur noch eine rum. Hä? Ist das da oben drauf, oder was ist das denn hier? Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Gut. Proponierte Edwards Kondensator. Ne, das war das Ding. Und dann sieht ihr website. Und dann kann die dritte Prüven machen. Und dann Tony, den hundreds dann. Und dann, in dem dritte Prüven. Und dann,kann die dritte Prüven. Und dann? Und dann, der ==== friendship x 1 undам вз circle. Die 3 ist richtig. 5 ist richtig. Aber wieso ist das hier noch lila? Na gut, ich nehme jetzt natürlich alles mit. Hier ist irgendwas. Flammenwerfer. Ach, meine Markierung ist das noch. Ich hatte das Teil und... Och, ich bin so dumm. So, und da ich euch ja sowieso kaum kriege... Können wir mal ein bisschen plündern hier. So, das für den Big Bang habe ich fertig. Okay. Und dann erst die könnte ich vielleicht mit den Granaten. Gut. hier ist ein inverser phasen induktor dann kriege ich endlich das problem der phasen inkonsistenzen gelöst aber da fehlt noch was weil ich der du quartet hier dein proprietärer etwas kondensator wofür brauche ich den denn noch mal egal fällt mir schon wieder ein aber leider noch nicht alles was ich brauche oder es schnell da hast du deine kreuzankerspule ist die denn auch konzentrisch sieht ganz so aus du hast mir tatsächlich den ganzen kram besorgen können endlich kriege ich den big bang fertiggestellt natürlich werde ich noch einige zeit dafür brauchen du kannst ja so lange dem duke sagen dass hier alles glatt läuft oder so kannst es aber auch lassen ich kann es ihm doch aber auch sagen oder muss ich denn hier ach da wieso fall ich verlaufen mich hier ständig mit nasty ich würde das gerne mit nasty auch noch mal versuchen und wird dann ich habe ja noch dingens so ich speichere das ab hier doch nein so jetzt versuchen wir es mal okay ich bin da was die kommen wir versuchen es einfach mal also noch mal ja das vieh ist echt der hammer da ist beweg deinen arsch wo ist sie huchala huchala wow wie viele wow das war so klar das waren das sind drei stück drei stück sind das die reichen nicht ich brauche noch mehr zeig mir deine ware na gut ach die geistersehne hat er hier auch ich habe überall flammenball und flammenfächer flammen strahl trotzdem kann ich nichts machen jetzt haben wir hier nichts ne ach ach versuchen wir es mal So, ich hab jetzt 42 Stück. Das müsste eigentlich ja viel, also müsste eigentlich reichen. Speichern wir nochmal ab, sich selber. Ich will das schaffen. Okay, Freund. Komm. Bewegt deinen Arsch. Bewegt deinen Arsch. Bewegt deinen Arsch. Bewegt deinen Arsch. Komm bitte nicht näher. Wow, 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 wow. Ja, toll. Nasty. Oh mein Gott. Jetzt kommt der wieder runter. Nasty. Ich hab keine Dingens mehr. Oh Gott. 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 Ich fände es echt toll, wenn du mal wieder aufstehen würdest. Oh, scheiße. Nasty. Wieso steht die nicht wieder auf? Da habe ich mich erschrocken vor dem Kaktus, ey. Ich dachte schon, hier läuft wieder so ein Fier rum. Hoholla. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Hoholla. 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 Also so geht das echt gut? Ach, sag mal, das gibt es doch jetzt nicht. Oh. Oh, mich jetzt. Ob ich den klein kriege, ich glaube nicht dran. Oh, das ist auch so unfair. Der wirft gegen die Wand. Also, nochmal so zur Info. Der wirft gegen die Wand. Achtung! Dass der das treffen kann, weißt du, das ist... Ich glaube, das Vieh ist langsam sauer. Okay. Okay. Ach, es dauert lange, Leute. Tut mir leid. Okay, gut. Jetzt muss ich improvisieren. Boah, scheiße, ich habe nicht dran gedacht an den... Ich versuch's einfach mal. Boah. Nein, geh weg da! Er geht nicht weg! Nein, es war alles umsonst. Ich schaffe ihn noch nicht. Nessie ist auch sofort tot. Ich schaffe ihn noch nicht. Okay, Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.